Archäologische Schätze reizen uns mit ihren Fenstern in alte Geschichte, Bräuche und Menschen. Manchmal schlagen sie sogar vor, dass wir von Wesen aus anderen Welten besucht wurden. Stonehenge Gelegen in einer flachen Ebene nördlich von Salisbury, England, ist Stonehenge eine kreisförmige Formation aus massiven Steinen, die größten sind 30 Fuß hoch und wiegen 25 Tonnen. Wissenschaftler glauben, dass es ein Denkmal war, das eine massive Grabstätte markiert, die vor 4.000 bis 5.000 Jahren errichtet wurde. Niemand konnte jemals herausfinden, wie oder warum das Monument gebaut wurde, oder ob es sogar von Menschen gebaut wurde. Archäologen haben im vergangenen Monat Beweise gefunden, dass mindestens zwei der Steine vor Ort gewesen waren, lange bevor Menschen auf der Erde wohnten, teilt Forbes. Superhänge Im Jahr 2016, nur drei Kilometer von Stonehenge entfernt, entdeckten Wissenschaftler, was sie für ein weiteres mysteriöses Steinmonument hielten und gaben ihm den Namen Superhänge. Doch ein Jahr später entdeckten Archäologen, dass es keine Steine, sondern hunderte waren von Holzpfosten in massiven Gruben, die einmal vor 2450 v. Christus-kreisförmig angeordnet worden waren noch rätselhafter ist, dass Beweise dafür gefunden wurden, dass die Posten nur kurze Zeit nach ihrer Platzierung entfernt worden waren. Finde die Geheimnisse der Wissenschaft heraus, die niemand herausgefunden hat. Amerikas Stonehenge. Ursprünglich als Mystery Hill bekannt, besteht diese archäologische Städte in Salem, New Hampshire aus Felsen und Steinstrukturen. Obwohl es seinen Namen von der englischen archäologischen Städte hat, ist es viel kleiner und viel, viel jünger insgesamt. Es wurde zuerst berichtet, dass es 1937 von William Goodwin entdeckt wurde, der das Land kaufte, auf dem es sitzt. Einige haben Goodwin beschuldigt, die Website zu erstellen, aber Archäologen haben mindestens einen Teil ihres Inhalts auf 2000 v. Christus datiert. Aber das ist so ziemlich alles, was darüber bekannt ist. Der Schlangenhügel Der 1300 Fuß hohe und 3 Fuß hohe Hügel auf einem Ohio Plateau ist das größte Modell einer Schlange in der Welt. Einige Forscher glauben, dass es von einem einheimischen Stamm um 300 v. Christus gebaut wurde, sind sich aber immer noch nicht sicher über die genaue Kultur, die dieses massive Bild errichtet haben könnte. In jüngerer Zeit schlug Brad Lepper, ph.d, in einem zu Beginn dieses Jahres im Cambridge Archaeological Journal veröffentlichten Papier vor, dass die Bilder mit denen der amerikanischen Ureinwohner vor ungefähr 1000 Jahren übereinstimmen. Verpassen Sie nicht 10 uralte Geheimnisse, die Forscher nicht erklären können. Die Steinkugeln von Costa Rica. In der Region die Kiedelte in Costa Rica wurden Ende des 19 Jahrhunderts 300 Steinkugeln entdeckt, von denen der größte einen Durchmesser von 8 Fuß und ein Gewicht von 16 Tonnen aufwies. Obwohl es so aussieht, als wären die Kugeln aus Himmern dem Gestein entstanden, hat niemand herausgefunden, wer sie gemacht hat oder warum. Einige glauben sogar, dass sie von Außerirdischen platziert wurden, und andere glauben, dass sie Relikte aus der verlorenen Stadt Atlantis sein könnten. Die verlorene Stadt von Atlantis Apropos Atlantis, wussten sie, dass es keinen Ort auf der Erde gibt, von dem bekannt ist, dass er der Ort der Insel ist, die vom griechischen Historiker Platon im Jahr 360 v. Christus Beschrieben wurde, wie vor über 10.000 Jahren ins Meer gesunken. Menschen haben behauptet, sie auf der ganzen Welt entdeckt zu haben, an Orten wie den Bahamas oder Kuba und zuletzt in den Gewässern um Mikronesien. Ohne wirkliche archäologische Relikte zu studieren, und da es vollständig auf alten Schriften basiert, ist das Geheimnis von Atlantis vielleicht ein archäologischer Fall, in dem der Schwanz mit dem Hund wedelt, aber es könnte da draußen sein und so unsere Fantasie weiter faszinieren. Finde die 14 verwirrend den Geheimnisse des Universums heraus. König Thutsgrab König Tutankhamun war erst neun Jahre alt, als er im Jahre 1300 v. Chr. zum Thron Ägyptens aufstieg. Mit 17 Jahren war er kaum erwachsener Mann, aber er steht im Mittelpunkt mehrerer archäologischer Geheimnisse, vor allem, die Umstände sein Tod. Da sein mumifizierter Körper nach der Versiegelung seines Grabes anscheinend Feuer gefangen hat, glauben Archäologen, dass er sehr schnell begraben wurde, was zu einer verpfuschten Einballsarmierungsarbeit führte, bei der ein Feuer als chemische Reaktion zwischen Sauerstoff und Einballsarmierungsölen ausbrechen konnte. Die großen Pyramiden von Ägypten Keine Erörterung der archäologischen Mysterien wäre ohne einen Aufruf an die großen Pyramiden abgeschlossen. Er baut als Begräbnisstätte des Pharaos Kufu, der von 2589 bis 2566 v. Christus regierte, ist die älteste und größte die große Pyramide von Gizeh. Ihre schiere Ungeheuerlichkeit ist geheimnisvoll genug, dh wie haben die alten Menschen sie konstruiert? Aber im Allgemeinen produzieren die großen Pyramiden immer mehr geheimnisvolle archäologische Wunder, einschließlich dieser kürzlichen Entdeckung einer geheimnisvollen Kammer innerhalb der großen Pyramide von Gizeh. Verpassen nicht die 10 größten ungelösten Geheimnisse über den Planeten Erde. Verpassen nicht die 10 größten ungelösten Geheimnisse über den Planeten Erde. Verpassen nicht die 11 Jahre, sondern die 10 größten Ungeheuze numero 1. Verpassen nicht die 10 größten, bis zur Abenteuerung des Metapartes mit dem Planeten Erde. Verpassen nicht die 10! Verpassen nicht die 10,000 highlighten. Verpassen nicht ein paar Wunderung. Verpassen nicht mehr. Verpassen nicht mehr. Vielen Dank.